und da geht es schon wieder weiter mit modern warfare 2 mit Zeit und Pitti und Just Fury und The Real Uli glaube ich war das aber am quatschen sind nur Zeit und Onkel Pitti es geht ab hier oben ist einer entlang geschlichen den habe ich ausgeschaltet momentan sehe ich keinen habe ich ist erledigt jetzt bin ich gerade aus dem game raus irgendwie rausgeflogen oder was nein gerade keinen guten run ach so vorbeigeschossen ganz schlecht habe ich das gemacht der blitzkrieger die kommen von unten jetzt wieder komm raus auf sein Loch oh da war nur einer oben genau oben ist wieder einer ah da hat er mich gehabt ach verdammt jetzt haben wir mich gemessert mein Messer war zu spät ziel erledigt da sehe ich niemanden wer kommt das ah da war er im Flugzeug ja da sind wir ja ja einen habe ich gekriegt aber er läuft ja nicht mit wer läuft da mit dem Schild und läuft nicht richtig vorwärts ah jetzt läuft er aber nicht so prickelnd hier ja kann ich immer gut laufen ach verdammt die hängen draußen auf die Flugzeuge und so rum halt auf die Flugzeuge ja oben also im Flugzeug ne ah verdammt jetzt muss ich erstmal gucken hier wo ich bin Orientierung verloren ja das habe ich auch öfter so vorsichtig ganz vorsichtig so jetzt haben wir die Faxen dick hier ah verdammt da kommt einer direkt hinter mir da war ich gerade abgelenkt und schon wieder musste Onkel Pity sterben ach ein scheiß Flugzeug hat mich erwischt kreisliche Aufklärungstrone gesichert gcpro Pity vorsichtig geh nicht nach draußen da ist ein Jäger ne ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast ja hab ich mitgekriegt oh ich habe eine Aufklärung Moment mal eben machen habe ich gar nicht mitbekommen ah verdammt einen ausgeschaltet der andere der Sniper hat mich gekillt wo auf der anderen Seite vom Gang dieser lange Gang da im Gebäude ah einen habe ich da gekillt jetzt gerade wo du gerade rüber gelaufen bist shit da kommen zwei Stück durch den Gang ja oh zwei habe ich auch erwischt da ist glaube ich noch einer irgendwo oh scheiße ja und tot aufklärungsdrohne ja aufklärungsdrohne ist gut ich habe auch schon wieder eine in Reserve ah was mache ich denn da warum treffe ich denn nicht meine Fresse ne oh Predator hat mich getroffen Vorsicht die kommen von der anderen Seite glaube ich aufklärungsdrohne bereit wieder ja dann spare ich meine noch verdammt nur noch einen Schuss in meine Intervention ach da hat mich einer boah ey gebet dat denn oh jetzt hat es mich erwischt verdammt ich bin gar nicht richtig im Spiel weil ich den Sound über meine Boxen nicht höre aber das nervt so haben wir noch Aufklärung ja noch haben wir Mann wo kommt der denn her mein Gott ich brauche so viel Munition ja da sind zwei Leute durch meine Mine getötet worden das ist cool ah verdammt ja da wurde aber immer höchste Zeit Aufklärung verdammt in beiden Waffen keine Ammo mehr die geht nicht mit dem Wunschrauber einfach die vier wieder drücken also hab ich schon gemacht muss ja nix machen der macht alles selber oder was meine Fresse ja wenn er der ist den du nicht lenken brauchst gib mir nicht einen den kannst du den lenken und der andere macht alles von ganz alleine da brauchst du gar nix machen der macht alles alleine ach schein hat er mich erwischt oh wo kommt das her wo kommt das her verdammt ich seh nix ach aus dem Flugzeug glaub ich boah druckelt gerade ganz schön ey ja bei mir auch boah wie viel Munition ich brauche ein bisschen mal endlich ein Treffer unglaublich ach verdammt ach ich bin gemessert worden ach hat einer auf uns shit verdammt verdammt wir haben verloren schau Uli schau Uli the wheel Uli haha und ich war im Bild haha haha ok tja das wars dann mal wieder Video Ende bye 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 bye